Test, Test, ah jetzt schon. So, jetzt kurz machen. Heyo zusammen und herzlich willkommen zu nur einem ganz kurzen Infovideo. Sollte nicht länger als eine Minute gehen. Ich hoffe, das funktioniert alles. Herr der Ringe Nummer 34 wird es nicht geben, denn mir ist da ein Fehler passiert. Ich weiß nicht warum. OBS hat mal wieder den Videostream nicht aufgenommen, nur das Audio. Also was da ist, das Webcam, das Wasserzeichen und Audiospur, keine Bildaufnahme. Ich werde es also nicht hochladen, nur jetzt dieses Video kurz um Bescheid zu geben. Es sei denn, jemand von euch möchte es sich als Podcast oder was anhören. Ich habe es noch offen, ich habe es noch nicht gelöscht, ich habe es noch nicht hochgeladen, beziehungsweise nicht veröffentlicht, weil Schwachsinn. Wenn das jemand möchte, mache ich. In Ordnung. Aber ich halte es für sehr unsinnig. Bin dafür aber offen. Nur damit ihr Bescheid wisst, leider die 34 gibt es nicht. Ich werde in Zukunft versuchen, noch vorsichtiger zu sein. Noch gewissenhafter aufzunehmen, damit sowas nicht passiert. Wie gesagt, immer wieder die alte Leier. OBS. Gutes Programm, aber nicht immer 100% zuverlässig. Ich habe nur einen Monitor, kann es nicht sofort gegenchecken. Deswegen. Aber dann wisst ihr Bescheid. Tut mir wirklich leid, ab Donnerstag geht es dann weiter mit 25.